Hi, wer bist denn du? Ich bin der Michael. Woher kommst du? Von Achensee. Und was hattest du für eine Idee für Tirol? Einfach mehr Volleyballplätze, weil ich finde, dass das einfach zu wenig ist. Und hast du dir auch schon eine Idee, wo die sein könnten? Ja, generell an öffentlichere Plätze, zum Beispiel auch wenn ein Fußballplatz ist, kann man ja trotzdem nebenbei noch einen Volleyballplatz inbauen. Und wegen der Finanzierung, kannst du dir vorstellen, dass man da Eintritte kassiert oder irgendwie das anders macht? Ja, ich weiß jetzt nicht, aber für ein Mal war es gescheiter, glaube ich, wenn einfach die Gemeinde das finanziert. So wie beim Fußballplatz über einen Verein vielleicht? Ja. Oder dass man überhaupt Sportvereine im Allgemeinen? Ja, dass man da fragt. Super, danke.